Ich habe einen Augenzeugen, so in der Art. Unfreiwillig auf den Hund gekommen? Von nun an bestimmt Hooch, wo es lang geht. Und der einzige Zeuge? Er könnte eine Stimme erkennen, ein Geruch. Folgt nur seiner Nase und nicht Tom Hanks. Diesen Hund kann man nur lieben. Was willst du denn? Was? Scott & Hooch im Disney Channel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017